Hallo, ich bin die Kerstin und ich lebe mit meiner Familie auf einem Land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit Rinder und Hühnern. Im Hühnerstall achte ich besonders auf die richtige Temperatur und gute Stahlklima. Mit Bodenheizung kann die Einstrahl stets trocken. Die Wasser- und Butterbesorgung erfolgen automatisch. Verwärmen auszutekortieren können Hühner und Hühner in einen übertragten Auslauf ins Freie. Zusätzliche Aufsichtsflächen sorgen für noch mehr Platz im Stahl. Von hier!